Endlich kommt mal wieder ein Video hier auf diesem Kanal. Beim letzten Mal ging es um den aktuellen Stand, also welche Schritte wir hinter uns gebracht haben, welche Schritte als nächstes kommen. Da habe ich euch noch erzählt, dass jetzt Bodenproben genommen werden und ja, dass dann endlich alles losgehen sollte, weitergehen sollte, dass das Grundstück dann endlich mal bereit ist und wir quasi endlich mal richtig loslegen können. Und jetzt kommt alles anders. Wer mir bei Instagram folgt, der hat das Ganze vor ein bis zwei Wochen schon gesehen. Mit diesem Video wollte ich ein bisschen warten, weil ich das Ganze erst schriftlich bestätigt haben wollte, dass das wirklich komplett aus der Welt ist. Die Aufnahme gerade passiert zwar, bevor die Bestätigung kam, aber wenn ihr das Video seht, dann kam eben die entsprechende Bestätigung. Und ja, jetzt rede ich hier schon wieder komplett wirres Zeug. Worum geht es überhaupt? Wir haben den Bauwerkvertrag gekündigt. Damit geht einher, dass das Grundstück weg ist. Das wurde uns nämlich über dieses Bauunternehmen sozusagen vermittelt. Also das gehörte nicht denen, aber die haben das Ganze weitervermittelt und ja, das heißt, wir stehen eigentlich gerade wieder so ziemlich bei Null. Ist nicht ganz richtig. Wir haben immerhin die Pläne, also die Grundrisse und so weiter. Das ist schon mal ganz gut, aber das mit Abstand größte Problem überhaupt, wir haben kein Grundstück. Ich möchte natürlich, dass ihr versteht, was da genau abgelaufen ist und deswegen werde ich euch jetzt erstmal so ein bisschen die Story erzählen. Das Ganze ist relativ umfangreich. Ich werde mich bemühen, keine Details, die wichtig sind, wegzulassen, trotzdem mich aber so ein bisschen kurz zu fassen. Ich hoffe, das gelingt mir. Und ja, erstmal kurz nochmal ganz grob die Eckdaten. Wir haben also mit einem Bauunternehmen gebaut. Das Haus war trotzdem im Grunde etwas Individuelles. Also es gibt so ein ganz grobes Konzept, das mal in einem Katalog quasi war bei denen. Aber wir haben das Ganze so angepasst, dass es damit eigentlich quasi nichts mehr zu tun hat. Es ist also schon ein individuelles Haus, massivbauweise, ganz normal, Stein auf Stein etc. Spielt aber eigentlich auch gar keine große Rolle jetzt hierfür. Und das Grundstück wurde uns, wie gesagt, auch über dieses Unternehmen vermittelt. Und das war auch ein sehr, sehr großer Vorteil, denn es ist, glaube ich, deutschlandweit problematisch oder zumindest in den meisten Gebieten problematisch. Aber hier in der Ecke, man findet fast gar nichts. Es ist also ganz, ganz schwierig, da an ein vernünftiges Grundstück zu kommen, was jetzt nicht irgendwie mitten an der Hauptverkehrsstraße liegt oder so. Und dementsprechend waren wir sehr froh, dass wir da die Möglichkeit haben oder hatten, an ein schönes Grundstück ranzukommen. Die Größe passte uns, die Lage war richtig cool, weil es sehr ruhig gelegen war und man trotzdem innerhalb von wenigen Minuten alles erreichen konnte. Und ja, war alles super. Dann haben wir natürlich die ersten Termine gehabt, haben besprochen, was wir haben wollen, haben Kalkulationen bekommen etc. Und alles nahm so seinen Lauf. Wir haben irgendwann diesen Bauwerkvertrag unterschrieben. War alles super. Bisher, der Kontakt war super. Man war immer für uns erreichbar. Und ja, dann ging das erstmal so weiter. Dann hatten wir den ersten Architekten-Termin, haben da unsere Grundrisse vorgelegt, die wir ja selber gemacht haben. Der Architekt fand das natürlich super, weil sonst setzt er sich ja erstmal zwei Stunden hin und man erörtert erstmal, okay, was will der Kunde? Macht Vorschläge, nimmt alles auf und er arbeitet dann selber was, also aus Architekten-Sicht. Und bei uns war das im Grunde ziemlich einfach, weil der Architekt musste es quasi nur abmalen. Natürlich, eigentlich sollte man meinen, muss er das alles ein bisschen überprüfen und muss er das alles ein bisschen professionalisieren. Aber prinzipiell, die Grundrisse soweit waren ja schon mal da. Dann haben wir die ersten Unterlagen vom Architekten bekommen mit komplett falschen Außenmaßen. Warum auch immer. Wir haben natürlich die richtigen angegeben. Aber gut, das war dann in einem Tag korrigiert. Und dann hatten wir also erstmal die Pläne vorliegen, haben uns das mal angeguckt und haben gemerkt, das sind gar nicht 185 Quadratmeter, wie besprochen, sondern es sind nur circa 170. Und da wir natürlich einen relativ hohen Aufpreis bezahlt haben, um auf diese 185 Quadratmeter zu kommen, ich glaube ursprünglich im Katalog waren es 160, wenn ich mich nicht irre. Also wir reden über 25 Quadratmeter mehr und statt 25 Quadratmeter mehr hatten wir nur, ich glaube 12 Quadratmeter mehr, also 172 waren es, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Aber spielt auch gar keine große Rolle. Auf jeden Fall, es passte vorne und hinten nicht. Und dementsprechend haben wir uns natürlich erstmal dann beim Bauunternehmen gemeldet, haben gesagt, hey, pass auf, so und so ist das. Und der hat uns dann gesagt, ja, ich kümmere mich drum, melde mich so schnell, wie es geht. Und sie kriegen natürlich diese 185 Quadratmeter. Soweit, so gut. Dann war erstmal Ostern dazwischen und ein paar Tage später, weil wir da nichts gehört haben, habe ich da mal angerufen. Man sitzt ja auch so ein bisschen auf heißen Kohlen, weil, ja, ist natürlich eine nicht so schöne Sache direkt dann so am Anfang. Und dann will man ja auch wissen, was Sache ist. Da wurde mir mitgeteilt, dass der Kollege zwei Wochen im Urlaub ist. Also im Prinzip ist er wahrscheinlich so ungefähr einen Tag, nachdem wir unser Problem gemeldet haben und er uns gesagt hat, er kümmert sich schnellstmöglich drum und meldet sich schnellstmöglich, ist er zwei Wochen in den Urlaub gefahren. Der Urlaub sei ihm gegönnt, aber ich finde den Ablauf da schon mal super bescheiden. Also meiner Meinung nach hätte man dann sagen müssen, okay, kriegen wir hin, kein Problem. Ich bin jetzt im Urlaub erst, ist gerade ungünstig, aber gut, danach gucken wir sofort, dass wir das gelöst kriegen. Wäre ja alles in Ordnung. Dann weiß man Bescheid, okay, stellt man sich darauf ein, alles entspannt. So fand ich das schon mal sehr unschön und da könnte ich jetzt super viel ausholen. Wir sind dann viel hinterhergerannt, haben gefühlte 20 Mal angerufen und 20 Mal telefoniert, weil man immer wieder irgendwie vertröstet wurde. Ende vom Lied war, Mehrkosten für diese Mehrfläche und ja, dann war das natürlich alles schon mal ziemlich scheiße. Wir haben uns dann erstmal eine Rechtsberatung geholt, um zu wissen, wo stehen wir da. Wir wollten prinzipiell keinen Stress da irgendwie haben oder machen, aber das war natürlich schon mal so eine Sache. Wir haben 185 Quadratmeter vereinbart und die wollten wir natürlich auch haben, weil wir natürlich auch irgendwie dafür zahlen. Und dann heißt es auf einmal, da kommen Mehrkosten von, ich glaube, 14.000 Euro oder sowas auf. Und deren Angebot war 50-50. Dann haben wir erstmal eine ganze Weile das Ganze quasi liegen lassen. Also wir haben uns jetzt nicht dafür entschieden, dass wir diese Mehrkosten zahlen, beziehungsweise, dass wir der Mehrfläche zustimmen. Sondern haben erstmal gedacht, okay, wir lassen das jetzt erstmal so und gucken erstmal, was passiert. Denn parallel dazu kam diese Grundstückgeschichte. Es hieß, die Grundstücke sind, also insgesamt geht es um vier Grundstücke, aber im Endeffekt ist es alles, ja, alles ein Ding. Und wir haben halt ein Grundstück davon, da stehen Gewächshäuser drauf und es hieß, Ende Mai sind die fertig. Also da sind die Gewächshäuser weg und dann können wir so langsam loslegen. Es war Ende Mai, es war Juni, es war Juli und die Gewächshäuser stehen auch jetzt da noch. Also jetzt haben wir es September. Da merkt ihr also schon, worauf das Ganze hinaus lief. Wir wurden auch da immer wieder vertröstet. Zwischendurch haben wir uns bestimmt anderthalb Monate gar nicht gemeldet, haben einfach mal abgewartet, was passiert. Und es ist natürlich gar nichts passiert. Und dann hieß es irgendwann, Anfang August werden Bodenproben genommen und dann geht es endlich los. Gute Nachrichten, bla bla. Und das dauert dann ein paar Tage, bis das ausgewertet ist und dann werden wir uns bei Ihnen melden. Okay. Wir also voller Erwartung quasi in die zweite Augustwoche gestartet und gedacht, okay, jetzt in ein paar Tagen wissen wir, was Sache ist. Dann kann das endlich losgehen. Jetzt läuft es endlich. Pustekuchen. Wir haben nichts gehört. Ich habe einige Tage wieder gewartet, habe dann selber mal angerufen. Wie fast immer, wenn man da angerufen hat, gerade im Termin, keine Ahnung, ich rufe zurück. Mal wurde zurückgerufen, mal nicht. Und es war im Endeffekt immer Hinterherlauferei. Und dann hieß es erstmal, ja, die Auswertung wäre noch nicht da, sollte aber noch diese Woche kommen. Es war schon Donnerstag, die Woche war also quasi vorbei. Mir war klar, da kommt diese Woche überhaupt nichts mehr. Aber gut, die komplette darauf folgende Woche, nichts gehört. In der Woche danach. Also wir haben da auch wieder über eine Woche gewartet, obwohl uns gesagt wurde, die Woche davor sollte es schon da sein. Okay. Dann habe ich mich Montags da gemeldet. Wieder, gerade im Termin, er wird sich melden. Hat nichts zurückgerufen. Dienstag nicht auf meinen Anruf reagiert. Mittwoch nicht auf meinen Anruf reagiert. Donnerstag nicht auf zwei Anrufe reagiert. Am Wochenende habe ich natürlich erstmal nichts gemacht. Also Freitag und das Wochenende an sich nicht mehr irgendwie angerufen oder irgendwas. Und daraufhin habe ich Montag einfach mal eine böse Beschwerde-E-Mail geschickt. Weil ich finde, das ist ein Unding. Ich kann nicht verstehen, wie man jemandem einen Rückruf zusagen kann und ihn dann nicht einhält. Man kann es vergessen, okay. Aber unser Ansprechpartner dort wird gesehen haben, dass wir mehrfach versucht haben anzurufen. Da hätte ihm das ja wieder einfallen müssen. Ja, also ich würde es mal so ausdrücken, wir wurden halt ignoriert. Und da war für mich natürlich dann langsam schon so klar, ey, auf die Scheiße haben wir gar keinen Bock mehr. Wir wurden jetzt quasi ein halbes Jahr hingehalten. Und so langsam reicht es dann auch einfach. Dementsprechend habe ich dann dort erstmal, nachdem meine Beschwerde-E-Mail zwei Tage unbeantwortet blieb, angerufen. Wollte den Chef sprechen. Der war, glaube ich, gerade nicht verfügbar. Auf jeden Fall habe ich der Mitarbeiterin das Anliegen erklärt. Die hat mir eigentlich nochmal bestätigt. Ich habe erstmal so indirekt gefragt, ob der Kollege vielleicht krank ist oder ähnliches. Nö, er ist nicht krank. Er hätte zwar viele Termine, aber er wäre da. Und dementsprechend auch da, also eine Beschwerde-E-Mail, auch nicht darauf reagiert. Dann habe ich das Ganze an den Chef weitergeleitet. Der hat sich auch einen Tag später gemeldet. Also soweit erstmal in Ordnung. Aber die Antwort war auch gar nicht zufriedenstellend. Und in dem Gespräch mit dem Chef, ich habe den dann nach der Mail angerufen, in diesem Gespräch stellte sich dann so ein bisschen raus, dass die gar nicht wissen, was da abgeht. Dass die also nicht wissen, wann der Grundstückseigentümer, der, also jetzt noch Grundstückseigentümer, wann der denn da jetzt endlich anfängt und wann das soweit ist und ob das zustande kommt. Sowas fiel dann auf einmal auch. Das war das Erste, was wir seit einem halben Jahr quasi gehört haben, was so in diese Richtung geht. Wir wissen gar nicht, ob es stattfindet. So nach dem Motto. Und daraufhin habe ich mir dann abends gedacht, keine Ahnung, was soll noch passieren so. Ich hatte schon so ein bisschen mit dem Thema abgeschlossen. Und deswegen habe ich den Grundstückseigentümer angerufen. Der sagt mir, das wird noch dauern. Das habe ich der Firma auch von Anfang an aber gesagt, dass das so schnell alles nicht geht, wie die sich das vorstellen. Frage ich, wie lange dauert das denn? Also ein halbes Jahr bestimmt noch. Jo, das heißt insgesamt würden wir dann, wenn das so jetzt weitergegangen wäre, würden wir über ein Jahr Verzögerung circa sprechen, im Vergleich zu dem, was uns am Anfang zugesagt wurde. Ja, die Entscheidung war in dem Moment also eigentlich klar. Wir machen das nicht mit denen. Es ist zu viel jetzt schon vorgefallen und die Kommunikation war zu bescheiden, dass wir jetzt da noch irgendwie das Vertrauen in dieses Unternehmen haben, dass die unser Bauvorhaben vernünftig umsetzen, wenn denn das Grundstück irgendwann mal bereit ist. Darum habe ich dann einen Termin gemacht, habe dort mit denen gesprochen. Der Chef, muss ich an der Stelle sagen, war sehr verständnisvoll dann. Also wie gesagt, die E-Mail hat mir nicht gefallen, aber er hat sich dann natürlich entschuldigt und es tat ihm halt auch leid, dass das so abgelaufen ist etc. Er hat mir zugesichert, dass wir ohne Kosten aus diesem Vertrag rauskommen und daraufhin haben wir also den Bauwerkvertrag aufgelöst. Ja, ob das jetzt im Endeffekt eine kluge Entscheidung war oder nicht, kann man sicherlich so oder so sehen. Das Grundstück hing halt dran und es ist das Problematischste überhaupt. Also es ist wirklich unglaublich bescheiden, ein Grundstück zu finden. In dieser Zwischenzeit, wo jetzt nichts war, haben wir ja im Grunde diese anderthalb Monate ganz massiv versucht, ein Grundstück zu finden. Nicht nur über die Sachen, die im Netz stehen, weil ja, wenn die drinstehen, dann melden sich direkt so viele Leute, dass man eh eigentlich schon aus dem Rennen ist, sondern wir haben wirklich auch versucht, vorab irgendwie Informationen zu kriegen. Wir haben im kompletten Bekanntenkreis, der relativ groß ist, überall gefragt und ob die Leute irgendwas wissen, ob ihnen irgendwas einfällt, wer was haben könnte. Wir haben über Google Maps nach leeren Grundstücken gesucht, haben bei Nachbarn geklingelt und haben gefragt, ob sie wissen, wem dieses Grundstück gehört, ob es zum Verkauf steht etc. Das haben wir aber bestimmt, ich weiß es nicht, 50, 60, 70 Grundstücken gemacht. Also wir waren jedes Wochenende stundenlang unterwegs und ja, das Ergebnis ist, nein, gibt nichts, keine Chance. Wenn hier mal irgendwie was frei wird, dann hat es sofort irgendeinen Bauträger irgendwie unterm Nagel und dass da wirklich einfach mal privat ein Grundstück verkauft wird. Also hatten wir jetzt bisher so überhaupt gar kein Glück. Von der Sicht her war es vielleicht keine so gute Entscheidung, aber ich habe auch gar keinen Bock mehr da so auf der Nase rumtanzen zu lassen und bei diesem ganzen Ablauf bisher, ja, hoffe ich, dass ihr auch die Entscheidung nachvollziehen könnt. Das Bauvorhaben ist definitiv nicht gestorben, also wir werden weiter suchen und sobald wir ein Grundstück haben, wird es weiter gehen. Ich hoffe natürlich, dass das möglichst schnell passiert und dann werden wir auch komplett solche Bauunternehmen da rauslassen. Wir werden das auf die klassische Weise machen, mit einem Architekten und so weiter und so fort. Also ohne halt so eine Art Bauträger dazwischen zu haben. Ja, das ist die Story. Ich hoffe, das Video ist jetzt nicht zu lang. Also ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, was da abgeht. Ich finde, es ist halt einfach schon so aus Kundensicht, da muss die Kommunikation passen. Es ist die eine Sache, wenn sich so ein Grundstück verzögert, aus welchem Grund auch immer. Aber es ist halt die andere Sache, wie man sich dann gegenüber dem Kunden verhält, wie man auf Anrufe, auf Nachfragen etc. reagiert. Und ja, an der Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken. Ihr wisst ja, dass ich diese Bauherrenführerschein-Kooperation habe und die Manuela Reibold-Rohlinger, also die Fachanwältin, die das Ganze ins Leben gerufen hat, die hat uns da auch insgesamt begleitet, hat unseren Vertrag geprüft, hat uns genau gesagt, was okay ist, was nicht okay ist, was wir für Möglichkeiten haben, hat zwischendurch dann auch Einschätzungen gegeben und mir natürlich auch letztendlich genau gesagt, wie das jetzt weiterläuft, wenn wir das Ganze auflösen. Beziehungsweise es gab zwei Möglichkeiten. Einen Widerruf, der möglich gewesen wäre wegen einem Formfehler, weil sie ihre Verträge nicht vernünftig gemacht haben. Und die andere Sache wäre jetzt halt einfach die Auflösung gewesen. Und da muss man natürlich aufpassen, weil theoretisch, rein rechtlich, wenn man sich jetzt nicht auf eine einvernehmliche Auflösung zum Beispiel einigt, dann können natürlich direkt Kosten entstehen, entgangener Gewinn und so ein Kram alles. Also ja, man muss schon gucken. Und auf jeden Fall da besten Dank, dass wir eben die entsprechende Unterstützung da bekommen haben. Verträge ist nochmal ein gutes Stichwort. Also da frage ich mich halt auch generell, haben die keinen Vertrag mit diesem Grundstückseigentümer? Haben die kein Dokument, wo drinsteht, die und die Grundstücke zu dem und dem Preis und zu dem und dem Zeitpunkt? Scheinbar nicht. Naja, wir sind mit dem Unternehmen durch. Wir sind raus. Wir haben die schriftliche Bestätigung. Und jetzt geht es weiter. Ich werde auch versuchen, hier immer mal wieder Content zu bringen, ein paar Updates zu bringen. Vielleicht fallen mir ein paar gute Videoideen ein, dass hier der Kanal am Leben bleibt. Und dann hoffe ich einfach mal, dass wir nicht jetzt irgendwie ein Jahr oder so nach dem Grundstück suchen. Ja, sondern vielleicht, dass wir eben da ein bisschen Glück haben und dass es dann ein bisschen schneller weitergeht. Auch wenn die Chancen, glaube ich, schon echt klein sind. Weil, wie gesagt, wir gucken seit Monaten und versuchen seit Monaten eigentlich alle Möglichkeiten irgendwie abzuschöpfen, zu schauen, was da geht. Aber problematisch. Okay, jetzt habe ich euch lange genug zugelabert. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, Leute. Bis dahin. Ciao.